Ich bin da. Nee, ein Schulz ist auch. Hallo, ich bin Stylers. Eigentlich studiere ich, aber ich mache Pause wegen COD-Karriere. So eine Aussage kann nur von jemandem wie dir kommen. An alle Kids da draußen, nehmt solche Leute nicht ernst. Dann steckt, was? Und steckt denen auch das Geld zu. Das sind alles Dummschwätzer und Loser. Liebe Grüße. Galli Grü. Und Grüße Handelsen. Liebe Grüße der Ingenieur. Es gibt so viele Weltsprachen und er spricht einfach Facts. Und er spricht Facts, ja. Wenn wir ganz normal über den Rebirth Eintrachtmos reden, was das nicht für ein Enttäuschender ist. Schade. Ich habe eine Folge gespürt. Ja, hast auch nichts verpasst, bin ich ehrlich. Suicide. Ein Leben lang. Ingame nur? Ingame? Gänsehaut. Wahnsinn, wirklich stark. Dankeschön, ich habe echt dankeschön. Hast du das auch geimpft? Dankeschön, ich habe echt dankeschön. Das Problem. Wer dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Oh, dann kurz ist unser Held. Stephanie ist neu im Ort. An sie geht's, Bonbon bleibt zu kleben. Ja. Ja. U- Ja. U- U- Ja. Lazy es haus. Fangen ich das? Stapfen, Stapfen, Lazy es haus. Chacaron. Lazy... Ganz kurz vorhin, wer jetzt auf diese Idee kommt, dass die Hälfte einfach animiert ist, die andere Hälfte nicht. Was wir animiert ist, wir Puppen. Hast du noch Puppen? Ja. Das sind Puppen. Weiß ich nicht. Ja, aber warum? Also warum sind da echte Leute und Puppen? Puppen, Puppen meine ich auch nicht. Das war jetzt Marionetten, oder? Sehr weird. Weißt du, wer an Marionetten sind? Alle Leute, die an Corona glauben. Spaß. Endgame nur. Zwischensupport. Aber warum, mal ganz kurz, warum? Also warum? Warum waren die zwei oder drei Leute da echt und der Rest einfach Puppen? Puppen. Vielleicht weil das Budget nicht mehr gereicht hat? Irgendwie? Ist dir so einfach so beim ersten Drehtag aufgefallen? Oh, oh, oh. Das wird knapp. Scheiße. Alter. Alter. Genau. 1 zu 1 ist genau die Reaktion. Alter. Ja, ja. Alter. Fuck. Ey, Jungs, seit wann kostet denn hier so ein Drehort eigentlich so viel? Ich glaube, wir müssen ein paar Leute hier rausschmeißen. Ui, du hast das Cast rausgeschossen. Was, 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 was? Hallo? Chat? Hallo? Besoffen! Alle 8%! Was ist hier los? Digga. Ich hab grad gegen wirklich Vollidioten gespielt. Ingame nur. Danke, wofür danke. Kind, danke. Wie lang ist es gefällig? Danke. Krambus jagt mich. Nein. Hör auf damit. Übrigens, Fih, ne? Ja. Du sagst viel zu oft. Weiß ich nicht. Viel zu oft. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das zu oft sage. Und weder. Ich hab drauf geachtet. Weiß ich wirklich nicht. Du hast alles neu gemacht. Du hast in das Deutsch siebenmal gesagt. Nein. Und dann, warte, was war das? Ich glaub, heute hast du irgendwie ein Video gepostet und ich hab ein Video gesehen. Nein. Ja, ja, ja. Chris hat mir dieses Video geschickt, wo ihr beide einen Shot trinkt, ne? Und ganz am Ende sagst du auch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das zu oft sage, Chad. Weiß ich wirklich nicht. Also, nee. Also, ich fänd's richtig geil zu Ostern, so ein Osterkampus. Also, so ein Osterhausen, der einen verfolgt und Eier bewirft. Osterkampus. Na, aber ich hab keinen Bock auf Apex, was machen wir jetzt? Also, ich fänd's geil. Weißt du, Osterhausen-Event. Ja, nein? Wähler sagt's doch, weiß ich nicht. Ich würd's gar nicht feiern. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich würd's, ich würd's richtig scheiße finden. Chad, würd ihr sagen, ich sag's so oft? M-m-m. Tick vielleicht. Nein, nein. Weiß ich nicht. Stark, Floyd. Langfinger Larry. Langfinger Larry. Langfinger Larry. Ohne beginnt Überflug. Langfinger Larry. Mal ganz kurz, mal ganz ganz kurz. Nein, ich bin so scheiße. Nein, ich bin schlecht im Spiel. Okay, erzähl. Wie kann's eigentlich sein? Nein. Das war so schlecht. Ich hab so veraimt. Oh mein Gott. Das war echt, das war echt bad von mir. Scheiße. Einmal Scheibenwischer in den Chat, Leute. Da hab ich gejoked. Und ganz kurz die Scheibe sauber gemacht. Die hätte ich auf jeden Fall holen können. Ähm. Hunking hat noch ein bis 6 Monat geresort. Weiter so. Auch wenn ich ein Stück älter bin und eigentlich alles habe, was man braucht, finde ich bei dir regelmäßig Inspiration für viele Situationen des Alltags. Bleib wie du bist und zieh weiter durch. Hunking. Wirklich. Ähm. So Nachrichten sind wirklich, bedeuten mir wirklich sehr, sehr viel. What the fuck? Ich, ähm, ich freue mich wirklich sehr über diese Nachrichten. Vielen, vielen Dank. Lass mal ein bisschen Liebe da. Und ähm, ja, also ich glaube, eine Inspiration für andere Leute zu sein, egal in welchem Alter, ist ein sehr großes Kompliment. Und, äh, das freut mich wirklich sehr. Dankeschön. Ich grüße dein Herz. Ganz viel Liebe in den Chat. Nicht oft genug. Ja, Hakuna, weiß nicht, ob das jetzt die Passenden Emotes sind. Alles guuuuut. Das war so ein Geek gerade. Dabidi Dabbedai. Bela, wie läuft die Runde bisher? Äh, ich bin eigentlich nicht anwesend. Wieso? Wo bist du denn? Äh, ich rede mit dem Chat. Ich habe zwei Kills. Hm. Ich glaube, ich bin eigentlich gerade nur rum und mache die ganze Zeit die Snow. 30k. Einfach Chris, wenn er nur kurz, kurz Stream gemacht hat. Eine Stunde. Warum habe ich 30k, hä? Ich krieg's noch starting soon, Digga. Verbündete Drohne in der Luft. Stöbern wir sie auf. Der liegt aber auch am Slide Canceln, Bela, mit diesem, was du angesprochen hast. Weil Slide Canceln das Ganze unterbricht. Ne, Floyd. Ich meine ich. Was? Weil das Slide Canceln das Ganze unterbricht. Ja, aber das war ja damals auch nicht so. Ja, aber damals haben wir auch nicht so hart, brutal geseitert. Ja. Wie sieht das an? Slide Canceln könnte sein. Ich würde drauf callen, dass das noch Slide Canceln liegt. Um Slide, Might, Might bändeln. Am Glide denken vielleicht. Glide? Glide. 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 Glidegel? Glidegel? Wisst ihr, wisst ihr, wo ich gerne mal auf welcher Netflix-Cent spielen würde? Mal Warzone? Nee, LazyTown, weil da ist immer was los. Weiß ich jetzt nicht. Oh, das war fast ein Fünfer, Floyd. Weil wir, die gebombte Joke-Regel gilt nicht für, äh, gilt nicht für Stream. Und Geburtstage. D-Rock, D-Rock hat... Ich will nur ganz kurz D-Rocks Fünfer erläutern. Und zwar, D-Rock hat, glaube ich, also, wir haben Blackjack gespielt. Und... Ne, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war so schlecht. Ich glaube, ich hab gesagt, ich hab ne 4. Ne, hab ich. Und dann hat er gesagt, hab ich, hat aber 2H. Irgendwie so. Und es hat einfach keiner reagiert. Und das war dann ein Fünfer. Ja, stimmt. Ja, da hast du auch extra drauf gewartet, weil keiner reagiert hat. Ja, ja. Ja, es hat wirklich keiner reagiert. Das war, das war... Das war so schön. Och, Digga, was machst du denn? Ich hab nur noch gehört, ich hab nur noch gehört, wie du geschieden hast. Äh? Es hat keiner reagiert, Fünfer! Ja, ja. Der wird mir gleich in den Rücken schießen. Warte, hier ist noch irgendwo einer, oder hast du den mitgeholt? Ne, der ist da. Mach mal was von dir an. Ah, der ist hier drin bei mir. Das ist wirklich ein weirdes Konzept. Einfach... Drei Leute... Drei Leute, die wirklich Schauspieler sind. Digga, das ist ja wirklich komplett in den Kopf, Digga. Das ist halt so dumm. Also wieso... Wieso... Wieso macht man das? Ist ja komplett wirklich in den Kopf jetzt drin. Was sagst du denn zu Tilt-Halbys? Ich hab das wirklich nie so richtig gesehen, um ehrlich zu sein. Ich hab immer so ein Ultra-Hass bekommen, wenn ich die Sonne gesehen hab. Also in-game. Warte hin. In-game nur. Free Babys. Es hat einfach ein Baby all der Zeit... Also wirklich, das war ein Baby. Der hat einfach Geld verdient, als das Baby war. Wirklich. Im Schlaf eigentlich. Ich weiß nicht, ob die nicht wirklich ausgebeutet wurden. Ich glaub schon, dass das Mindestgehalt war. Ja, aber trotzdem Geld, Schlaf, Passives Einkommen. Wie Unterhaltungspilm, was sollen ditte? Unkorrekt. Ich sag auch so, wie du es fährst. Mein Blackjack-Geld darf niemals sehen. Warte ich nicht. Ich werde ihm keinen Cent geben. Das hat er dann wirklich lange erwarten. Nein. Musst du ihm nicht noch Subs giften? Ja, für den Fenix? Naja, da kam wieder dieses klassische Floyd. Hey! Wie der hat das nicht gezeigt? Hey! Fünf Subs muss ich ihm giften. Und ich schuld ihm, glaub ich, so 80 Euro im Blackjack-Geld. Ich glaube, du schuldest ihm 80 Euro, ja. Ja. Aber das wird er niemals sehen. Du musst auch, danke für die gegiften Subs. Für den gegiften Subs. Ich wollte nur um 80 Spiel, double and nothing. Er hat nein gesagt. Ich möchte mein Bier nicht mit Sprite trinken, jeden Tag übertreib. Aber auch geil, dann hat er quasi die Fenix nur verlieren können. Ja. Weil er dann einfach so... Wenn wieder gibt's ihm das Geld nicht, oder er hätte dir das Geld geschuldet. Ja, genau. Ist ja ein geiles Match gewesen eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum er das nicht machen wollte. Nee, verstehst du auch nicht. Du bleibst ein Leben lang. Alkali war auch geil, ja. Nee. Ich habe Alkali nicht gesehen. Einer schreibt in meinen Chat, oh, darf man dann wohl eben nicht schreiben? Na dann eben nicht. Und dann ist so, hä, was darf man nicht schreiben? Er schreibt, hab geschrieben, dass du eine Süße bist. Digga. Aber es ist doch nur ein Kompliment, warum darf man das nicht schreiben? Warum bist du so empfindlich? Ist doch nur nett gemeint. Ist doch nur nett gemeint. Du bist schon eine kleine Zicke, oder? Oh, Frauen, Alter, so anstrengend. Ja, ja, ja. Klassisch Frauen wieder. Man kann immer noch alles falsch machen. Ja. Ganzes Themawechsel. Ähm. Weiber. Mir schreibt gerade jemand rein, wie geil ist eigentlich, dass Alkali das Konzept von YouTube und Livestream erfunden haben. Eigentlich war das ein bisschen, wenn man darüber Gedanken macht. Hallo? Es ist halt wirklich so. Alkali war einfach erste YouTuberin. Selbst vor Simon Desu. Die Streamer, die hat doch immer gestreamt. War das denn? Ach stimmt. Stimmt. Es kam damals schon gut an. Ja, ja, nee. Ich dachte, YouTube halt mit der Kamera. Aber stimmt. Die haben ja wirklich immer gestreamt. Mal vergessen. Übelgeil. Wie viele Zuschauer hatte die immer? Weiß nicht. Stimmt. Wie viele Zuschauer hatte die bei Alkali? Kannst du die mal nachschauen? In einer Folge oder so? Oh mein Gott, die Brand Bounce. Aber die haben ja auch davon gelebt und so. Die hatten keinen Chat. Ich weiß nicht. Das war so ein Livestream. Doch, doch, doch. Das sollte ein Stream schon sein. 100k. Okay. 100k Zuschauer. Okay. Er tot. Oh mein Gott, bin ich weit geslidet. Nein. Nein. Der war wichtig, Chat. Der war wichtig. Der war wichtig. Oh mein Gott. Das kann nicht sein, dass das nicht passiert, Chat. Ich habe es perfekt gespielt. Ich habe es wirklich perfekt gespielt. No Flex jetzt. Nein, er hatte keinen Save, oder? Hatte er es saved, Chat? Habe ich die Kee bekommen? Habe ich die Kee bekommen? Habe ich die Kee bekommen? In der Luft. Stöbern wir sie auf. Scheiße. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Hä, wie ist er weggekommen, Chat? Er muss ja komplett durchgezogen sein. Fuck. Aber war trotzdem, glaube ich, geil gespielt. Ich weiß unbedingt Platten. Mann, Zwischen-GG-Chat, oder? Mann, ZGG in den Chat. Halt. Mach ich erst mal zurück. I tell euch was. Das könnt ihr Nap Tr заключieren. Was passiert mit dem auf? Scheiße, den Krieg kriege ich nicht. Scheiße. Einmal ein ganzes Team da irgendwie. Okay. Nein. Nein. Ich war gerade nur kurz gemutet. Ich habe gerade gesehen, Level Up hat ein Foto von mir gepostet. Ich glaube ich, Chat. Kennt ihr den? Nein, nein, ich bin gefickt. Ich bin jetzt im Gulag. Riesenscheiße. Ich bin einfach Dritter. Na, ich bin am Arsch. Unkorrekt. Ja. Tausend Leute. Meine Fresse, Alter. Ne, hat er verdient, Nickel. Überall verteilt. Dein Teambeglied ist jetzt im Gulag. Wer dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Ich finde das sind äh vier. Nein. War nicht gut, aber die sind stacked. Nein, was? Phil, der von mir ist One-Shot. Ich kann nicht, Bro. Was? Ey, du bist muted. Wirklich. Nee. Ich bin, ich hör dich, ich hör dich, ich hör dich, ich hör dich. Snog. Nice. Nein. Zwei noch. Einer Mutterlerne. Gar nichts. Gehst du mich? Nee. Scheiße. Nein. Wenn mal leer. Nein. Oh ja. Anlag hier. Scheiße Shit, GG's, shit GG's, moin EM, wie geht's dir? Unlucky, Alter Sehr, 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 sehr Unlucky Da, da hätte die Brennen wirklich nochmal Einen Schnuff mehr Schuss haben können Ich bin ganz gut in die Zone Gekommen Oh, ärgerlich, Mann Super ärgerlich Wir haben es echt fast Perfekt zusammengespielt Ich will mal ganz kurz Einen F von einem haben Ich habe mich gerade gefreut, dass Level Up Ein Bild gepostet hat Und was sehe ich Man kann ja bei Level Up So mehrere Bilder hintereinander posten Ich habe mich gefreut, dass Level Up Mich gepostet hat Und welche Fresse guckt mich auf den Beitrag Als erstes an So eine Riesenscheiße, Digga Und ich bin noch nicht mal Zweiter Zweiter ist Yonja Ich bin Dritter Obwohl mein Bild am besten ist Schau euch mal das Bild an Das ist doch übel geil Naja Ich habe mir so Mühe gegeben Sei ihm gegönnt So eine Riesenscheiße Kuss Vielen Dank Das war Lodi noch Achso, aha, du hast Lodi gebraucht Das stimmt, du hast einen dabei Beim Lodi landen nämlich Hast du noch eine Platte, Vaila, für mich? Küsse Herz Gönn dir mal den Jungen Sechs Leute schauen mir True, warum schauen mir viele Leute zu? Muss man eins haben? Mehr Zuschauer ist auf Twitch Mehr jetzt auf Twitch Ist lustig, wenn Leute wenig Zuschauer haben Ja Ja, wurde verflucht gerade Ist vorbei Ja, nein, ich auch Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert Ja, du hast einen kleinen Schwanz Ja, du hast einen kleinen Schwanz Was macht er denn? Bis auf, die Cam links, bitte In diesen Raum Im ersten Es sind nur noch fünf Verenden wir es ein für alle Mal Campten die alle oben, oder was? Ich bin auf dem Dach Also ich habe hier gerade nichts Wenn du mich hörst Vor dir rechts Also da ist so ein Traum Irgendeiner hustet Ich Hör auf zu husten Spaß Sorry, es ist doch auch husten Wollte man einfach gerade The boy will live Come to die Habanakinabu Hab ich letztens im Restaurant gemacht Das kam nicht so gut Auch alle tot auf einmal Hochwurz Auf einmal gezaubert Ja, die hatten so komische Stäbchen I don't know Ich muss Er war auch so ein komischer Stamm Ich weiß auch nicht Weiß auch nicht Einer lebt noch Leul, wo ist der? Der ist immer noch in diesem Raum übrigens Das ist immer noch dasselbe Der habe ich schon fünfmal gecallertet Ich laufe wirklich die ganze Zeit schon in die Map Ohne Plan und mach nur Kisten auf. Boah, was macht ihr, dass ihr die ganze Zeit so Gills findet? Ich lauf nur rum und mach Kisten auf. Leute, ich hab den Gegner dreimal gecallertet. Warum springst du da runter? Also... Nein, jetzt gibt's Ärger. Fällt das bei dir. Bin ich ein Schwan? Hier unten? Ja. Oder ist das richtig gegangen? Ich weiß. Bin ich ein Schwan? Gibt's so zwei Eingänge. Das war ein langer Gang. Ich mix mein Bier nicht mit Sprite, wenn ihn den Tag übertreibt. Dann mach mal Stim mit eine. Icke? Ja, ja, du. Warum? Mach doch einfach. Nein, hä? Hey, mach doch einfach. Nein, meine Stim, Alter! Bist du dumm oder so? Nein, ich schlag doch meine Stim, was soll das? Ey, ey, beruhig dich. Ey, ey, ey. Nein, Freud wurde geknallt. Nein. Ab heute wird geballert. Karma. Weißt du vielleicht, dass er die ganze Zeit im Hit ist? Nee, ich weiß nicht, was das immer. Achso, ja, nee. Ach, Digga. Nein, das kann ja nicht sein. Wuuu. Nein, nein. Frolin. GGs. Ey, Wähler. Hä? Jetzt darfst du aber posten. Ich könnte chillen in einem Bluff in Berlin. Aber warum? Ich bleib lieber hier. In einem Loch könnte ich alles verlieren. Deshalb bleib ich bei dir. Ich bin irgendwie kein Plan. Ich bin mir einatmet. Ich bin mir einovart. Ich bin mir einatmet. Halt!